Also praktische Arbeit mache ich nicht mehr, obwohl ich es noch könnte und mir würde es noch Spaß machen. Ich bin Techniker von Hause aus und arbeite mit meinem Sohn, der ja auch Techniker ist, an neuen Konzepten für LKWs, für Presscontainer, für Absauganlagen, die wir bei den Kunden stellen. Und an der einen oder anderen Stelle werde ich auch gebraucht. Mein Rad wird gebraucht und auch geschätzt. Ich habe ein ganz gutes Standing in der Öffentlichkeit und damit nutze ich natürlich meiner Firma weiterhin und unseren Arbeitsplätzen. Und wir wachsen da durch und das macht mir einfach Spaß. Es ist schön. Ja, und warum so ungefähr? Ich habe auch Mitarbeiter, die sehr lange hier bei mir gewesen sind. Und eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die ist mit 70, hatte ich auch für gehört hier. Ja, ansonsten mache ich so lange wie geht. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann sage ich, und jetzt war das Letzte. Ich bin das Erbmliche durch, oh, ich bin einiger ourselves von Agustin. Ich bin das Ist, liebe ich! Ich bin das einig, ich bin das Erb Louisiana für den Ohr Hansen. Das Erbliche, ich bin das Erbliche belele starving. Vielen Dank.